Wird gebaut! Prospektor! Super EV! Mit auf Erfahrung! Sie sind in guten Händen, mein Freund! Unser Verbündeter wird angegriffen! Praktische Einheit! Kampfball ist höchstgut! So gut wie erledigt! Ich kümmere mich mehr um den Tsunami-Panzer da! Freundlich! Wenn ich grad das MDF noch baue! So! Jetzt haben wir eigentlich erstmal ein bisschen ruhen und können ein bisschen was bauen! So! Wird erledigt! Wird erledigt! Neue Bauoption! Feindliche Einheiten entdeckt! Wird gebaut! Unser Städtfunk wird angegriffen! Reparatur läuft! Wird gebaut! Ich bin hier oben sicher, oder? Ich bin hier oben sicher, oder? Okay! So! 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 Wir sind uns auf der Weg hier. Cryo-Schuss bereit. Eine Einheit wird angegriffen. Präzisionsangriff bereit. Ziel wählen. Ziel wählen. Unzureichende Mittel. Oh, die kommen doch wieder mit härteren Geschützen. Ach, 3C-Fahrzeuge hinzuschicken lohnt sich halt nicht, das Dingress. Ja, was machen wir denn da? Wenn man ein paar Beschützer oder so hinsetzt. Ich habe aber auch nur die kleinen MGs, die werden auch schnell wieder... Wenn ich genau so gut auf die Beute bin... Schicken wir die Orbitalhalde noch drauf. Jetzt müsstest du mir nur noch den... Ja, mach ich. ...ist schon unterwegs. Ja. Ist es Zeit? Unzureichende Mittel. Guardian Panther erwartet Befehle. Kein Problem. Verstanden. Unzureichende Mittel. 10-4, Sir. Feindliche Einheiten entdeckt. Alle Systeme einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Abgeschlossen. Okay. Meine Spezialeinheit ist zurück. Wie sieht es denn da hinten aus? Warte, 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 warte. Ich bin fest. Ah, jetzt sind sie aber. Jetzt zerstreuen sie sich. Wenn du die irgendwie so ein bisschen zentral in die Mitte locken könntest, mit irgendeiner Einheit, die du absteckst. Aufwand kann sie denn? Kann ich die alle weg sagen? Kann man mich grad... Ich habe eben zumindest jetzt schonmal die ganze Stützpunktverteidigung zerbombt. Wird gebaut. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Wie lautet Ihr Befehl? Bewirbt Exe schon wieder irgendwelche Dubiosuch-Glaubt-Tocker, die beim zweiten Markt benutzen kaputt gehen? Nein. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich setze ausschließlich auf Qualität von Vorwerk. Vorwerk. Reden muss nicht. Was hast du gesagt? 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 Ich stoppe deinen Panzerverband mal ein bisschen ab. Hier vorne. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Standesbericht. Unser Schicksal wird angegriffen. Das sieht doch mal schön. Zuhören. Das ist die zweite Sache. Das sieht doch sehr schön. Ja. Spälen. Sie machen keinen Berger mehr. Alles ist gut. Genießen Sie das Feuerwerk. Soll ich etwas zerstören? Es wird Zeit, oder? Es wird nicht mehr in. Und dann wird es ein Schicksal. Ja, sie haben keine Leine. Soll ich es jetzt sagen. Wir brauchen eine Leine. Eine Leine. Wir brauchen keine Leine. Das ist eine weitere Schicksal. Und dann kann man sich das machen. Und dann dann machen wir den Weg. Wir brauchen eine Leine. Die Leine. Der Infiltrator geortet. Können wir irgendwie helfen? Unzureichende Mittel. Reaktion ist bereit. Winding-Geter ist einsatzbereit. Unser Gebäude wurde infiltriert. Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Ja, mein Freund. Feuerstrahl bereit. Unzureichende Mittel. Guardian-Tanzer einsatzbereit. Na, das ist doch eine nette Streitmache. Nachdem ich die ganze Stützpunktverteidigung schon außer Gefecht gesetzt habe, bis auf ein paar Sachen in der Mitte im Moment, die können wir ja eigentlich hier mal ausschalten. Wir warten drauf, bis der Magnetfeld wieder bereit ist, um eine Ziemenspielfahrzeuge. Obwohl, ja, das geht, ja. Obwohl, nein, doch nicht. Stützponzen, ja, jetzt. Ihr seid lieb, aber ich bin im Regen. Ja, die sind schon wieder in meiner Basis. Der Erstabbauer Zukunft. Okidoki. Neue Bauoptionen. Unzureichende Mittel. Ausbildung. Bauabgeschlosses. Genau wie im Labor. Unser Verbildeter wird angegriffen. Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Ja, ja, ja. Ach. Ungeeigneter Bauplatz. Hier haben wir gerade noch heilen. Abgebrochen. Unser Spielsport wird angegriffen. So. Was jetzt? Bei mir ist es auch. Ah, es geht wieder. Guardian Panzer ist bereit. Gentlemen, fahren wir los. Macht sie fertig. So, hallo, anvisieren. Jetzt seid ihr völlig Juppersverein. Wie immer einsatzwein. Ich finde die ganzen Panzer, die müssen verwirklichen. Das ist nicht nach, lasst sie Jupps. Das ist nicht nach, lasst sie nicht nach, lasst sie nicht nach, lasst sie nicht nach. Ich habe mich dieegewitt. Ja. Wie geht der denn dann? Ich weiß ich nicht. Ich werde mich hingekommen. Also, wie soll ich mich umgehen? Schöne mal 10 Panzer. Ja, er ist gerade nicht drin. Sind unterwegs, Sir. Positiv, Sir. Noch einer, ja? Weg mit dem Pack. Ich habe da mal ein Fahrzeug von mir. Mit Vergnügen. Wie Sie wünschen, Sir. Ich bin bereit. Ja, ist geflüchtet. Das liegt an! Guardian-Panzer! Also los, Jungs! Sehre mich Zielgebiet! Guardian-Panzer ist bereit! Oh, F... Keine Sorgen, ich krieg das hin. Davon gibt's noch mehr! Jaaa! Ah, der hat sich gelohnt. Und hier kommen auch schon die Panzer. Unser Verbündeter wird angegriffen. Jetzt müssen wir ganz schnell die Fabriken platzieren. Ich bin mir keine Ahnung. Ich hab leider gerade keine Panzer mehr übrig. Ich versuche mein Bestes. Unzureichende Mittel. Prospektor einsatzbereit! Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unzureichende Mittel. Noch gebaut! Ich könnte sehen, was hier das war. Rebator läuft! Rebator läuft! Guardian-Panzer einsatzbereit! Wenn ich sowas höre, ich hab keine Panzer mehr übrig. Na, der Tasche ist schon wieder tot. Bestimmt schlusslich! Ach, sei doch ruhig, du... ...laufgescheit! Du bist bereit! Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es, wenn man anfängt, noch hier mit gefährlichem Halbwissen in die Ecke zu kommen, während ich gerade dabei bin, eine Trafik zu entwickeln. Der eine Panzer nach dem anderen verliert. Das ist ja wie in Vietnam, obwohl da gab es ja keine Panzer. Unzureichende Mittel. Scheiße! Das Ding hab ich ja gesagt, ist es schade, dass ich das nicht leiden kann. Guck's dir an, wenn's auf YouTube ist, ähm... Hehehehe! Schreib im Kommentar, wo's mal. Rebator läuft! Oh, jetzt muss ich draufhauen. Ich schreib ja auch immer Flame-Kommentate. Ja, das ist unser Top-Flamer hier auf dem Kanal. Feindliche Einheiten entdeckt! Feindlicher Stützpunkt entdeckt! Eine Einheit wird angegriffen! Einheit verloren! Okay, der weiß langsam, dass ich zu viel Lufteinheiten habe. Unzureichende Mittel. Feindlicher Infiltrator geortet. Ich darf leider noch keine Flugzeugträger bauen, das ist schade. Jetzt werden hier fünf Panzer von drei kleinen Infanteristen auseinandergenommen. Ich teilt das nicht. Wie lautet Ihr Befehl? Ninja ist ein Befehl! Ich bereue sie doch! Ah. Ich weiß nicht, wie es geht. Es kommen schon wieder ein paar Tsunamis da. Sagen Sie, was zu tun ist. Genießen Sie die Show. Unzureichende Mittel. Leiter Bombardierungen ein. Unser Verbündeter seit Angegriffen. Alle Einheit seit Angegriffen. Ach Gott, ist ja schon wieder Montag. Einheit verloren. Ja, die erste Montag des neuen Jahres. Wie war das? Die erste Command & Conquer-Folge des neuen Jahres. Das stimmt nicht ganz. Die erste Command & Conquer-Aufnahme des neuen Jahres. Äh, und die erste Folge des neuen Jahres. Heute ist eine Roche gekommen. Finde ich jetzt beim Kanal besser als du selbst. Präzisionsangriff bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unzureichend ermöglicht. Ja, wir haben zur Einsatzbehaltung. Können wir irgendwie helfen, Sir? Feindliche Einheiten entdeckt. Cryo-Strahl bereit. Können wir ja die Command & Conquer-Aufnahme des neuen Jahres. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Finde ich meine eigene Fräule, ich sie sehr hassen würde. Ziel wählen. Ziel wählen. Aber ich glaub, das ist ne Krankheit die jeder hat. Außer die Selbstverliebten. Feindlicher Infiltrator geortet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Echze, was macht der Bus bei Neues? Ich hab momentan mehr mit dem Studium im Allgemeinen gut. Aber ich bin fleißig, so nur das geht. Feindliche Einheiten entdeckt. Echze, was ist? Ja, mein Freund. Unser Verbündeter wird angegriffen. Soll ich etwas aus der Weg rollen? Unzureichende Mittel. Bin unterwegs. Guardian-Panzer Einsatz bereit. Feindliche Einheiten entdeckt, unzureichende Mittel. Feindlicher Stützpunkt entdeckt, feindlicher Infiltrator geortet. In das Spiel. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Ein guter Plan. Sicher. Ist ja nicht normal. Ist es schon so weit? Ich kümmere mich darum. Ich kann schnell vorrücken, dann könnte ich die Abitalhalte da reinschmeißen. Sind unterwegs, Sir. Zeigen wir es ihm. Nähere mich Zielgebiet. Ich habe eine Satellitenüberwachung. Weißt du, was eine gute Idee ist? Wir könnten den Kraftwerkvergriff machen, wenn wir dahinter rumfahren. Wir halten sowieso nicht viel aus. Dann müsstest du mit Luftangriffen besser frei von der Patienten in der Panzerfabrik. Wenn du mir da ein bisschen Sicht machst, freue ich dann im Abitalregen rein. Wie Sie wünschen, Sir. Ich versuch's will. Ich habe da hinten die ganze Stützpunktverteidigung außer Gefecht gesetzt. Bis auf das eine Ding. Und das kann ich hier gleich noch mit dem Cryo und dem Luftangriff wegmachen. Guardianpanzer einsatzbereit. Ziel wählen. Und der Verbündeter wird angeblich. Natürlich, Sir. Drei Strafwerke weniger. Und noch eins weg. Das war doch nicht schlecht. Ja, aber es ginge wahrscheinlich besser. Wie viele Einheiten haben sie da noch rumstehen? Eine Menge, aber wenn die erstmal weg sind, die sauge ich mit dem nächsten weg. Nur ein paar Lichtangriffe und wir mussten da hinten durchkommen. Warte kurz, ich komme mit meinem Panzer hinzu. Ich schau mal, ob ich ihre Kaserne wegbomben kann. Der hat schon die ganze Luftverteidigung davor. Der Kaserne erreichen wir nichts. Doch, keine Infanteristen mehr. Sind die so schlimm wie die Panzer? Ja, Infanteristen sind das Schlimmste. Hat die Dschungel durch? Also los, Jungs. Bewegung, Jungs. Sind unterwegs da. Für solche Sachen hätte ich am liebsten solche lustigen Sachen wie den Protonen-Kollider oder eine Chronosphäre. Wir könnten mal schauen, ob wir den Bauhof von denen irgendwie wegkriegen. Wie lautet Ihr Befehl? Wir müssen erstmal den Sack abdrehen, dann kommt da nichts mehr raus. Für den Grund bauen die nämlich ihre... Die reparieren zwei ihre Fahrzeuge, aber die bauen keinen neuen Krach werden. Oh, jetzt hätte ich gerne... Was fliegt da? Ich fliege. Ziel wählen. Okay, ich brauche definitiv mehr Panzer. Ich habe gesagt, ein Lied ist wieder bereit. Und wenn wir eine schöne gerade Spur kriegen, können Sie genug aufsaugen, um mit dem Orbitalregen hinten alles platt zu machen. Ich kriege gerade ihre gesamte Luftabwehr habe ich jetzt quer durch die Karte gejagt. Die auf die Kraftwerke. Ich gehe jetzt auf den Bauhof. Das nützt nichts, den kriegst du mit den Vieren nicht platt. Mach die Kraftwerke kaputt. Den Vieren vielleicht nicht, aber vielleicht mit den nächsten Paaren. Ich kann meinen Orbitalabwurf in den Bauhof schmeißen. Ja, wenn ihr die nächsten drei Windicator noch überlebt, macht das. Übrigens, du könntest da noch eine Ärzte-Raffinerie bauen bei dir. Ach, ich glaube nicht, die ist leer. Ach. Nee, ich weiß nicht, ich erinnere mich, wenn man auf den Susten kann. Reparatur läuft. Nähere mich Zielgebiet. Und Feuer! Positiv, Sir. Natürlich, Sir. Kassi fertig! Und Feuer! Okay, der Bauhof ist weg. Okay, ich komme an den Sport. Ich kann nämlich gerade nicht mehr so viel in unserer Basis. Soll ich etwas aus dem Weg greifen? Unzureichende Mittel. Guardian, halte Einsatz bei! Waffe liegt mir überwachung bereit. Die Fusionsbeamte ist bereit. Ich verstehe uns alle getrunken. In der Reihe von der Schuhe von der Schuhe ist bereit. Cryos war bereit. Wir wählen. Okay, die Kraftwerke sind weg. Ich friere mal die Gebäude da ein bisschen ein. Ich glaube, die haben keinen Strom mehr. Nö, haben sie gerade nicht. Haha, meine Taktik. Gut. Jetzt gehen wir in den Nass. Okay. Ihr habt es geschafft. Das hat Spaß gemacht. Das wäre geschafft, Commander. Vielleicht sind diese Witz gar nicht so übel. Oder? Sie haben einfach ihren Zug noch nicht gemacht. Puh. Willst du die nächste auch noch machen, oder lassen wir es damit sein? Ich müsste noch ein bisschen Wäsche aufhängen. Na gut. Dann beende ich hier jetzt mal die Aufnahme. Und beim nächsten Mal spielt dann wahrscheinlich Alter wieder mit. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Äh, tschüss. 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 Tschüss.